Mischgemüse, Mischgemüse Ich habe einen betreuten Urlaub gebucht aus Verzweiflung. Jetzt befinde ich mich hier vor der Sizilianischen Küste. Ich warte darauf, dass jemand kommt, um mich abzuholen. Es ist der dritte Tag auf diesem Boot. Aber jetzt möchte ich gerne zu Hause sein am Gala.de Newsticker und sehen Kate Middleton, die Geburt ihres Kindes, der Royal Duchess of Cambridge. Es ist längst überall fällig. Hier in Italien vor der Sizilianischen Küste sieht man nur Sardinenangler. Hat sie vielleicht ein Zwilling geboren? Der eine rote Haare und Eselsohren, der andere rote Ohren und Eselsohren. Was ist mit Zwillingen in der Thronfolge eigentlich? Werden beide regieren oder geht es dann wirklich danach, wer tatsächlich zuerst herauskam? Auch diesen Unterschied kann man bei Zwillingen erziehen. Wird es Kind schön sein oder wird es hässlich werden? Die englische Königsfamilie hat mir so etwas rauchiges, torfartiges, trockener Torf. An manchen Stellen noch feucht, frisch rausgeholt, gleich ab in den Ofen, so Bärennoten, umlaut. Was macht man, wenn das Kind hässlich wird? Oder Queen Elizabeth macht einfach weiter. Die nächsten 60 Jahre sind auch gar kein Problem. Die nächste Stunde sind auch gar nicht so viele Menschen. Oh, 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 oh.